Wir sind hier in unserer zukünftigen Kabine und es ist ganz schön eindrucksvoll, die Jungs hier sind schon ziemlich weit gekommen. Alleine wie steil die Ränge sind und wie der Zuschauer da on top sein wird, das wird, glaube ich, brutal werden mit unseren Fans. Meine erste Reaktion war, dass es einfach gigantisch aussieht. Die Halle ist so groß und die Tribünen sind sehr steil und das hat einen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen. Sie sagten uns, wie das Eis die beste in der Liga sein wird, das ist auch ziemlich spannend. Ich denke, es wird für alle ein ziemlich cooles Veranstaltung sein. Ich hoffe, dass die Halle toll sein wird, aber ich glaube sicher, dass es das Nonplusultra in Deutschland wird und ich freue mich sehr drauf. ... ... ... ... Vielen Dank.